Soweit, so gut. Du hast bereits eine Retoure angelegt und weißt damit in Plenty Markets umzugehen. Kümmern wir uns also darum, wie du Kunden entschädigst. Oder mit anderen Worten, wie beendest du einen Retouren-Prozess? Legen wir los. Öffne dir zunächst eine deiner Retouren und erstelle eine Gutschrift. Nachdem sich die Gutschrift in einem separaten Fenster geöffnet hat, kannst du sie weiter bearbeiten. Wenn ich nun wieder zu meiner Übersicht wechsle, kann ich hier sehen, dass meine Gutschrift jetzt in der Übersicht angezeigt wird und zu welchem Auftrag diese Gutschrift gehört. An diesem Punkt sollten wir dem Kunden sein Geld zurückerstatten. Stell dir vor, du hast Laufkundschaft, welche in bar bezahlt hat und willst dieser eine Erstattung über PayPal zukommen lassen. Das ergibt natürlich keinen Sinn. Stattdessen solltest du die Erstattung immer mit derselben Zahlungsart durchführen, wie die Bezahlung abgewickelt wurde. Je nachdem, wie dein Kunde die Bestellung bezahlt hat, ist dein Vorgehen bei der Rückzahlung immer ein wenig anders. Ein Beispiel. Dein Kunde hat per Überweisung direkt auf dein Konto gezahlt. Dann öffne direkt den Zahlungstab. Hier kannst du festlegen, welche Summe für diesen Auftrag wieder zurückgebucht werden kann. Bedenke bitte, dass du hier nicht die Rückzahlung selber durchführst, sondern die Zahlung am Auftrag änderst. Das Geld musst du dem Kunden natürlich selber zurück überweisen. Wenn dein Kunde dagegen mit Zahlungsanbietern wie PayPal zahlt, dann öffne ganz einfach den Einstellungstab. Hier findest du den Refund-Button, um die Rückzahlung an deinen Kunden zu veranlassen. Egal wie du vorgehst, die Rückzahlungen sind natürlich immer wichtig für deine Buchhaltung. Nun geht es direkt in den Bereich Belege, um das entsprechende Dokument zur Gutschrift zu erzeugen. Natürlich kannst du diesen Vorgang auch mit einer Ereignisaktion automatisieren. Lege ganz einfach eine Ereignisaktion an, die das Dokument direkt erzeugt, nachdem eine Gutschrift in Plenty Markets angelegt wurde. Anschließend legst du noch eine zweite Ereignisaktion an, welche eine E-Mail mit dem Gutschriftendokument an die Buchhaltung sendet. Sobald du das Dokument erzeugt hast und an eine Buchhaltung versendet hast, wird die entsprechende Gutschrift für eine Bearbeitung gesperrt. Durch das Sperren der Gutschrift ist es nicht mehr möglich, dass du aus Versehen buchhaltungsrelevante Informationen änderst. Aber was solltest du tun, wenn eine gesperrte Gutschrift doch mal geändert werden muss? In diesem Fall benötigst du den Stornobeleg, um das erzeugte Gutschriftendokument wieder aufzuheben. Wenn du das erste Mal einen solchen Stornobeleg benötigst, solltest du diesen natürlich im Vorfeld konfigurieren und so entscheiden, welche Informationen auf dem Beleg ausgegeben werden. Wenn du also den Stornobeleg erzeugst, ist es wieder möglich, die Gutschriften zu bearbeiten. Anschließend kannst du die Daten anpassen und ein neues Gutschriftendokument anlegen und an die Buchhaltung senden. Schauen wir uns direkt den zweiten Gewährleistungsfall an. Manchmal musst du einen beschädigten Artikel durch einen neuen Artikel ersetzen. Hier beginnen wir wieder damit, eine Retoure zu öffnen. Allerdings erstellen wir diesmal eine Gewährleistung. Die neu angelegte Gewährleistung enthält alle Informationen aus dem Originalauftrag, mit einem wesentlichen Unterschied. In der Gewährleistung ist der Warnwert genullt. Bis auf diesen Unterschied wird die Gewährleistung aber wie jeder Auftrag weiter bearbeitet. Der kaputte Artikel wird ausgetauscht und an den Kunden versendet. Moment, es gibt noch einen weiteren Unterschied. Auch die Versandkosten sind in der Gewährleistung auf Null gesetzt. Du kannst allerdings im Bereich Einstellungen, Aufträge, Grundeinstellungen selber wählen, ob dem Kunden für die Gewährleistung Versandkosten berechnet werden. Ich habe hier angegeben, dass keine Versandkosten berechnet werden sollen. Schauen wir uns nun noch einen weiteren Gewährleistungsfall an. In manchen Situationen ist es nötig, dass ein beschädigter Artikel auf Kulanz repariert werden muss und dann an den Kunden zurückgeschickt wird. Die Vorgänge dazu sind relativ ähnlich zu denen, die du schon gesehen hast. Es gibt nur eine Sache, die du im Vorfeld machen solltest. Reparaturstatus speichern. Im oberen Bereich kannst du den Status der Reparatur festlegen und darunter kannst du den Artikelzustand des eingesendeten Artikels anlegen. Hast du die Einstellungen vorgenommen, kannst du wieder deine Retouren öffnen und eine Reparatur anlegen. Hier kannst du einen Reparaturstatus und den Artikelzustand wählen, den du gerade angelegt hast. Mit dem Speichern hast du die Reparatur im System angelegt. Anschließend wird der reparierte Artikel an deinen Kunden versendet. Schön, dass du die Serie der Videos angeschaut hast. Ich hoffe, du hast jetzt einen Eindruck gewonnen, wie du in Plenty Markets mit Retouren umgehen kannst.